Musik Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, ich brauche Gemüse für einen Auflauf. Ich bekomme heute Besuch. Ja bitte, was möchten Sie denn? Ich hätte gerne Tomaten und Zucchini. Sind Sie frisch? Ja natürlich, in bester Qualität. Welche Sorte von Tomaten und wie viel möchten Sie? Wir haben Fleischtomaten, Rispentomaten, Strauchtomaten und Kirschtomaten. Ich glaube, ich nehme ein Kilo Fleischtomaten. Die passen am besten für den Auflauf. Und dann geben Sie mir bitte noch drei Zucchini dazu. Bitteschön, sonst noch etwas? Ja, ich brauche noch Obst für mein Dessert. Was kosten die Kirschen? 5,90 Euro pro Kilo. Die sind aber teuer. Und die Erdbeeren? Die Erdbeeren habe ich heute im Angebot. 2,50 Euro pro Kilo. Sehr gut, ich nehme ein Kilo. Ja gerne, noch einen Wunsch? Nein, das wäre alles. Gut, dann macht es 5 Euro bitte. Hier bitte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, ich brauche Gemüse für einen Auflauf. Ich bekomme heute Besuch. Ja bitte, was möchten Sie denn? Ich hätte gerne Tomaten und Zucchini. Sind Sie frisch? Ja natürlich, in bester Qualität. Welche Sorte von Tomaten und wie viel möchten Sie? Wir haben Fleischtomaten, Rispentomaten, Strauchtomaten und Kirschtomaten. Ich glaube, ich nehme ein Kilo Fleischtomaten. Die passen am besten für den Auflauf. Und dann geben Sie mir bitte noch drei Zucchini dazu. Bitteschön, sonst noch etwas? Ja, ich brauche noch Obst für mein Dessert. Was kosten die Kirschen? 5,90 Euro pro Kilo. Die sind aber teuer. Und die Erdbeeren? Die Erdbeeren habe ich heute im Angebot. 2,50 Euro pro Kilo. Sehr gut, ich nehme ein Kilo. Ja gerne, noch einen Wunsch? Nein, das wäre alles. Gut, dann macht es 5 Euro bitte. Hier bitte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.